jo es geht meine bris das ist eine quick intro für die winchallenge ich versuche mal etwas neues zu bieten auf meinem channel weil ich habe jetzt eigentlich nur youtube gemacht weil ich fortnite videos wirklich hochgeladen habe aber ich will meinen content ein bisschen bieten das heißt ich möchte mal was neues probieren und so weiter und ich werde es halt auch die tage jetzt probieren und ich hoffe ihr versteht das alle das video wird eigentlich ganz lustig ich habe eine challenge von fallguys fortnite dann noch bloodhunt und ja das vierte spiel habe ich vergessen ich habe euch gefällt das video und ja vergesst nicht zu liken und zu abonnieren und ich küsse eure herzen ich streame die ganzen sachen übrigens auch twitch alle also falls ihr das noch nicht wusstet ich bin eigentlich pro woche vier mal oder fünf mal mindestens twitch also ja danke an alle noch mal die das video schon und haut rein okay jetzt geht's los ich werde so ernst spielen ich weiß jetzt schon dass wenn ich das jetzt damit ihn werde dass ich brechen werde direkt nach leicht gleich im busch setzen hat das glaubst du denn da ist als nur ein fortbord und spielen der kummer wieder sitzt seine älter sind geschwister nicht glaube ich den jetzt gleich ne? Ah und aus Prinzip bei Fortnite. Okay alles gut, alles gut, alles gut. Ich muss ihn ein bisschen einschwingen, bisschen einschwingen, bisschen einschwingen. Ja Lechi, bitte. Halt die Fresse, bitte. Ich bin tot, ich hab verloren. Er ist halt so ein E-Spotler, Digga, du verfickter Nuttenson. Warum spielst du eigentlich mit Patroler, äh nicht mit Patroler? Weil ich... Fortnite. Fortnite. Fortnite, Fortnite. Ey wenn ich jetzt aber gleich sterbe, ne? Und ich hab 20 Minuten meines Lebens 4 in Arena Streamers gegeben, wo ich zwar... Wenn ich jetzt nicht erster werde, dann werde ich wirklich brechen. Was war mindestens 5 Kills, dann zählt nicht. Davon ist nicht die Räder, woher ziehst du die... woher ziehst du und du sagst die Regeln, ja. Ich denke da auch was, ne? Was? Das wird der Epis-Serie-Sieg-Chat. Das wird der Epis-Sieg. Ich hab's euch. Fast-Tripe, fast-Tripe. Ich bin zu gut für so eine Winchallenge. Ich bin zu different. Fort-Mite, Fort-Mite, Fort-Mite ist ja Fort-Mite. ja ja ich bin so ein meister dicker ich habe das spiel studiert alter fort fort nein dir gilt das jetzt ja ich bin so ein e-sportler ich habe die erste runde direkt gewonnen vor die neidila babaji babaji ich bin so im bruch waller sogar es ist so ein so ein dieser typ und ich meine das so ernst digga das könnt ihr mir nicht glauben wie ernst ich das meine es ist so ein so ein dieser typ vorteil 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 ich hab dich getötet du schwanz ich bin im bruch dieser mann er sitzt da zwei stunden digga wirklich zwei stunden schmied arena mein tisch ist jetzt schon im bruch digga ich spiele vorteil solo arena mann meine nachbarn das sogar ja nur der charakter zählt fortnite nur der charakter zählt fortnite so ein fortnite spieler bin ich chat guck mal wie cringe ich bin ich bin so unglaublich cringe ich spiele fortnite ich wechsle auf keyboard glaube ich ne ich hab nicht was ja fortnite ja fortnite spieler ist doch wagen ey mein mic fällt wieder runter digga ich schwör auf alles ich weine gleich ah ist johnny sens dich ja ich hab deine mutter ge***gt was ist ja ich finde deine scheiße kreis mutter du ver***er sohn ich hab ihn getötet alles gut fortnite wär ich da gestorben chat dann wär es zu ende gewesen ja abgewartet offiziell der krisse ja fortnite schimmer fortnite bitte jungs mit halten sie feste fortnite du lutscher leg meine eier fortnite fortnite ich lebe jetzt kommt kram halt zum maul jetzt gehst du in mutter chat es geht um nein bitte fortnite 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 okay alles gut nein ja 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 ey chat ihr glaubt euch jetzt wahrscheinlich ich bin schlecht im vollgeist aber ich bin gut guck mal fortnite fortnite jetzt gehts los ey digga du kleine nein ich bin so ein e-sportler ich bin so ein e-sportler wenn du in die erste runde will Winholz hast du uns gef***t ich weiß was ja natürlich zwar nicht hinten digga unfähre scheiße wallahi sogar wallahi ey wirklich ne fortnite digga bitte fortnite ey digga wenn ich jetzt verkacke ne ich schwör auf alles ne ich krieg so nasenblüten bitte fortnite 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 ich war der letzte fortnite oh my god fortnite qualifiziert top ten uuuu klappe nummer klappe nummer jetzt das final game digga ich hab das ding in hause schmoo schmoo motiviert mich chat ich werd die so auseinander nehmen fortnite ich hab das ding ich hab das ding ich hab das ding ich hab alles ich hab das ding digga du hast alles digga ich hab gewonnen ich hab gewonnen ich hab gewonnen wallahi ich hab gewonnen ich bin schon 1-1 und du hast so ne große Fläche noch du hast noch orange unter dir und blau naja schon ganz ohne ey die Gegner sind ja unglaublich scheiße ich hab die full geschittet du hast noch du hast noch du hast noch du hast noch 2 Dinger du hast noch also was wollt ihr eigentlich von mir also was wollt ihr eigentlich von mir ich bin so ein Profi ich will nicht spontanieren im spiel ok chat let's go der bruch wird heute nicht da sein ich werd diese winchallenge wie ein Meister aussehen der Bruch wird heute nicht da sein Digga, ich habe Sharingan bekommen. So ein Noob, Alter. Fortnite? Fortnite. Warum ist das so schwer? Oh mein Gott, Fortnite. Oh mein Gott, Fortnite. Gut. Digga, erste. Nummer eins. Nummer eins, Chat. Nummer eins. Was wollt ihr mir sagen? Ich habe das Spiel studiert. Nummer eins. Also, ich werde das halt so, ich werde die Runde halt gewinnen und dann bin ich in Valorant drin, Digga. Und dann könnt ihr mir nicht sagen, was ihr wollt. Ich bin einfach E-Spotlerin. Fortnite. Ey, nein, das schaffe ich nicht. Ich habe so ein Kurzgedächtnis. Was muss ich hier machen? Was muss ich hier machen? Du musst einfach auf der Platte stehen und dann musst du Dings ausweisen. Da kommen jetzt so Controller und Dings hingeschossen. Digga, was ist das denn? Fortnite? Du musst dir einfach ausweisen. Fortnite. Ey, bitte stirbt doch einer. Dann bitte, Wallabilla. Ich will nicht. Fortnite. In die Finals. In die Finals. In die Finals. Ey, Jungs. Ich bin so einig ins Fortnite. Ich hätte das nur durchspielen. Fortnite. Ey, schon wieder. Ich bin so ein Profi im Spiel, ne? Ich habe das. Das ist ein Win. Ich sage es euch. Das ist ein Win. Ich habe das Spiel gewonnen. Das ist der Win, Chat. Das ist der Win. Ihr seid so schlecht. Ihr seid so schlecht. Mein Gott. Es ist alle die Frage, was ich heute spiele. Und ihr keinen Wind habt. Ihr seid so schlecht. Ihr seid so kacke. Ich bin so viel besser als hier. Merkt euch meinen Namen. Ich bin so viel besser als hier. Ich bin so... Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ochsin, Billa. Ich habe gewonnen. Oh mein Gott. Ich habe so gewonnen. Ihr seid so schlecht, alle. Ihr seid so... Ich bin nicht... Mein Gott. Ich bin nicht... Ihr seid so banane. Was ist das? Du gewinnt. Back to back. Wenn die Win zu kurz wird, mache ich am Ende noch ein Folge. Aber ich muss jetzt mal gucken, wie der Bruch ist. Okay, Chat. Der Bruch fängt jetzt an. Das ist wirklich ein Spiel, wo ich Klacks bekomme. Ich habe ihn gehittet. Ja, ich habe einen Knock, ich habe einen Knock. Oh, nicht mehr. Ich bin tot. Alles. Ich habe nichts mehr. Es war noch... Tot, 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 tot. Alles. Tot, 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 tot. Hinter uns, hinter uns. Oh, ja, ich sehe es. Unser Mate, okay. Er geht mich. Tracked. Er ist die Moon. Oh mein Gott, ich bin doch tot. One Spiel, one Spiel. Bei mir. Er hat mir geholfen. Anderes. Ich bin tot. Hab ein Netz. Unser Mate hat auch einen. Chat. Also, ich glaube, es wird heute nichts mehr mit Bruch. Weil ich ein E-Spotler bin. Merkt euch das. Tracked. Er hat mich nicht. Digga, er hat mich gepackt. Hab ihn dead. Digga, was sind das für E-Spotler? Digga, ich hab dir so viel Schaden gemacht, ne? Ach. Deine Mutter, Mann. Äh, ich bin auch tot. Ey, Digga. Oh, warte mal. Ich kann ihn töten. Ich kann. Ja, warte, ich töte ihn. Ich kann ihn töten. 60. 50, 4, dead. Flischer, will ich ihn. Hedge und dead. Der andere ist auch dead. Fortnite. 1-1. Schick mein Spiel, mein sein. Fracked. 1-3, 1-3, 1-3. Ja, ja. Und sonst? Dead. 2-1-3. Hab auch ein Knock. Ja, noch ein dead, noch ein dead. Nice. Tim, das ist da oben. Das ist ein 4 gegen 1. Äh, Bro, es ist ein Tim. Craig. Let's go, man. Ja, Tim, ja. Ja. Ich bin so ein Biss-Fordler. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ich sehe mich bei Sky. Wie? Ich sehe mich? Keine Ahnung, Accent. Ja. Ah, nee, As-S-Ken. Ach, scheiß drauf. Asen. Asen, genau, Fortnite. Hey, Digga, diese Flashes, Mann. Oh mein Gott. Nee, ich schreit. Ey, war laut, Tim. Ich breche, 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 ich breche. Wie sterben denn alle, Digga? Ja, Los. Blastor! Blastor! Spiked down A. Ich bin so gut, Schein, ich bin so gut, Walla sogar. Ich bin so gut, Schein, ich bin so gut, Schein, Schein ist anstrengend. Schein ist anstrengend. Ich bin so gut, Schein ist anstrengend. Mann, gut, gut, gut. Nachricht. Wir sind solche East Butler. Wir sind solche East Butler. Wir sind solche East Butler. Ich habe jemanden. Einen mehr Main. Warte, warte. Warte, warte. Ein weiterer, ein weiterer, zwei, zwei. Ich protecte dich, Mann. Okay, gut. Danke für den Slashing. Ich habe Reveal im Server. Ich habe einen 1-Hit-1-Hit-Rainer. Mein Spiel ist gecrashed. Mein Spiel ist gecrashed, Mann. Du siehst, ich bin rechts. Fortnite! Ich weiß, das ist ein schlechtes Spiel. Das Spiel ist gecrashed. B, ich habe den Orb. Ich habe den Orb. Ich habe den Orb. Ich habe mit Sky eine Spike. Dann merkt man wieder was falsch ist. Ich habe mit Sky eine Spike. Keine von den Ruins und hebt die Spike auf. 100 im Viper. Nice. Bomb ist am Top. Nice. 100 im Rahmen. 100, 100. 100. Don't dig. Don't ping. Don't乾燥. Okay, nice. 1 Sekunden auf das 100 Ja, hier ist er Ja, hier ist er Half HP, er wird riss Wir haben das weiter Nice Nice Good job Hör auf Warum bist du aus Vollgas raus eigentlich Wenn du zweimal gewonnen hast Ich hab noch heute dazu gemacht Nice Heute machen wir noch Fotogame von Anna Ja, aber Bruder, wenn er jetzt das Gang gewinnt, das nächste gewinnt Timing ist heute insane Digga, ey, du willst mir doch Sachen erzählen, die kann man sich nicht vorstellen Digga Das kann man wirklich niemanden erklären Digga One tappt mich Digga Ich bin nicht schlecht Wollah, ich bin nicht schlecht Ich habe bis jetzt die Gegner, die ich gesehen habe Den Du glaubst mir gar nicht Ich hätte nichts machen können Ich halte die ersten 40 Sekunden mit Ich guck kurz weg, wer ich von hinten gewonnen Verstehst du? Bei Lens Wie lange noch? 3 Gehen ist heiß Oh man kann überall tp'd sein, ne? Ich hab seinen tp'd Guck mal auf, Gen drauf, wir swingen drauf Flash Komm, wir swingen raus Der ist hinter Gen, hinter Gen Nix Digga, warum heult die Killjoy die ganze Zeit rum? Ah, no Nein, das hab ich geblönt Digger Digga, was für ein Flash, du Bastard Sorry I'm gonna duck 3-9 Keiner pickt Mitte, ne? Keiner Geh mit Bombe einfach Minus 55, Heaven Nice Huch, nice Ist jetzt der Immortal? Ja, ne? Jaaaa Nein, das ist der Immortal Er sendet Oh, endlich Digga Aber so unfair, dass ich jetzt gar in der letzten Reihe bin So unfair Oh, es ist Mario Kart, was ist das? Mario Kart Digga, ja moin Ich überhole dich Ey, was soll das? Ich bin zweiter geworden, Leggi erster Ja, let's go Nicht in den Schleim fallen, das ist das Ziel Ihr müsst gerade ausgehen die ganze Zeit, nein, ich darf nicht nach hinten gehen Okay, okay Ja Wenn wir vorne spawnen, hat man so gut wie gewonnen Kann das vorne Ja Wir sind beide Letzter, Vace, viel Spaß Perfekt Digga Ey, Leggi, bitte halten mich nicht, bitte, 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 bitte Du Hurensohn, du bist dich Oha, das ist voll schwer, Digga Ist sie gestorben, weißt? Ja Hä, ich steh zu Ende, Digga Oha, egal wer ist, du bist so schlecht Die schubsen sich, Leggi, pass auf Ja! Fortnite, Fortnite, Fortnite Ich bin der Zagimusiersko Nein, mein Bruch Panna, verpiss dich Das ist mein epischer Sieg, Digga Panna, brich 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 Oha, ich bin gebrochen Warte, Mama, warte Mama, warte Mama, ich wurde vorgeizt bin Hä, warum? Muss ich mich festhalten? Nein! Jaaaaaaah! Jaaaaaaah! Er zog mich fest, als würde Zählt nicht Das zählt Das zählt Das zählt Das zählt Das zählt Das zählt von